Seit mittlerweile über 115 Jahren bereichern wir von Veller die Schweizer Bauwirtschaft mit der Kombination aus Innovation und Beständigkeit. In diesem Video stellen wir Ihnen die neuen Funktionen und Möglichkeiten von Weiser bei Veller vor. Mit Weiser bei Veller haben Sie ein vernetztes und komfortables Zuhause. Sie können Licht und Storren über einen Schalter oder über die Weiser Home App steuern und neu auch Raumtemperatur regeln. Mit einem Knopfdruck können Sie die Atmosphäre ändern, zum Beispiel zu einer gemütlichen Abendbeleuchtung. Mit der Weiser Home App steuern Sie Ihr Zuhause von überall. So können Sie Ihre Heizung für Ihre Ferienwohnung in der Abwesenheit steuern und so bis zu 60% Energie einsparen. Sie können auch die Anwesenheitssimulation nutzen, um Einbrüche zu verhindern. Die Wetterstation misst Wind, Regen, Aussentemperatur und Licht. So werden zum Beispiel Storren, Jalousien und Markisen mit starkem Wind, Regen oder Hagel automatisch hochgefahren, um Schäden zu verhindern. Mit Weiser geniessen Sie den Komfort und die Sicherheit eines intelligenten, vernetzten Wohnumfelds. Und das alles im eleganten Design, das sich nahtlos in Ihre Wohnumgebung integrieren lässt. Weil Weiser gibt es in allen gängigen Feller-Designs. Willkommen im Feller Innovation Hub. Das einzigartige an Weiser bei Feller ist, dass alle Apparate über den rot-weissen K-Plus-Draht miteinander kommunizieren. Das ist ein gewöhnlicher T-Draht, der nebst Aussenleiter und Neutralleiter mit eingezogen wird. An jedem Weiser Apparat wird LN-K-Plus angeschlossen und je nach Funktion die entsprechende Lastrad. In einem kleinen System, wo man Licht und Storren zentral bedienen und auch Szenen abrufen kann, dort erfolgt im Betriebnahme ganz einfach und schnell per Magnet. Möchte man alle Funktionalitäten von Weiser nutzen, kann das System mit einem WLAN-Apparat erweitert werden. Die Betriebnahme erfolgt dann über die Weiser E-Setup-App. Für Weiser gibt es zwei Apps. Weiser E-Setup-App, wo der Installateur die Anlage in Betrieb nehmen kann und Weiser Home-App, wo der Bewohner die Anlage steuern kann. Und ganz nach seinen Wünschen kann individuelle Szenen, Automatisierungen oder Tastenbeleuchtungen erstellen. Das System lässt sich wie gewohnt planen und schnell in Betrieb nehmen. Jede Installateurin, jeder Installateur kann das ganz einfach lernen. Bei der Entwicklung von Weiser ist Datensicherheit an oberster Stelle gestanden. Persönliche Nutzungsdaten werden weder gespeichert, noch für kommerzielle Zwecke verwendet. Weiser bei Veller hat aber nicht nur für Bewohner, Planungs- und Installationsprofis viele Vorteile. Auch aus unternehmischer Sicht ist Weiser ideal für Ihres nächsten Bauprojekts. Es zeichnet sich aus durch hochwertige Materialien, gute Verarbeitung sowie Sicherheit in Bezug auf Funktionen und digitale Daten. Ein Vorteil des Systems ist, dass es modular ausbaubar ist. Es muss nicht sofort eine ganze Wohneinheit automatisiert werden, sondern man kann problemlos Raum für Raum oder Funktion für Funktion erschliessen. Weiser ist in der Schweiz für die Schweiz entwickelt worden. In einer Welt, wo immer digitaler wird, bietet Weiser einen offenen Standard und eine Fülle von Funktionen. Und das in gewohnten Feller-Qualität. Seit der Einführung hat Weiser bei Veller tausenden von Elektriker, Planern, Architekten und Endkunden das Leben erleichtert. Auch mit Weiser setzen wir auf die fellertypische Qualität und Langlebigkeit. Weiser bei Veller ist damit drauf und dran, zum neuen Standard in der digitalen Elektroinstallation zu werden. Danke fürs Zusehen. Danke. Vielen Dank.